Willkommen zurück zu Dark Souls 2, Skull of the First Sin, letzte Folge der Woche. Ich bin jetzt gerade noch mal in Schloss Drangleic gewesen und hab geguckt, aber wir kommen einfach nicht an diese zwei. Leuchtfeuer ran. Da kommen wir noch später auf jeden Fall hin, weil wir müssen ja noch diese Frau befreien. Wir müssen noch zu diesem Raum mit den zwei großen Thronen... Throns? Tröne? Äh, hört sich alles scheiße an. Auf jeden Fall müssen wir da auch noch hin. Und deswegen, ja, glaube ich, dass es hier nicht richtig weitergeht, sondern eher so... Ja, es geht hier quasi lang, um weiterzukommen, aber nicht... Ja, ihr wisst genau, was ich meine. Wo komme ich denn jetzt da ran? Wer bist denn du? Was kannst denn du? Du kannst nicht... Oh, oh, doch, doch, doch. Der kann. Der lässt sich nach einem Schlag nicht mehr wirklich backstammen, das muss ich mir merken. Ah, da ist so ein geiles... Ich spring nicht an, Vieh. So, ist... Ne, das ist normale Trucke. Sogar mit Falle? Ne. Okay. Schon wieder was hier für Magier, nur. Okay, da ist ein krasses Motorrad irgendwie gerade auf der Straße. Ich gehe da mal nicht ran an die Leiche, ich habe da ein bisschen Respekt vor. So, heute ist Sonntag. Heute müsste... Oh Gott, Moment. Sieben Tage. Heute müsste der 20. sein. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das heißt, das nächste Wochenende... So was Geiles startet wie die private Beta von Modern... Ach, Quatsch. Von World War II. Aber wusste ich, dass da so ein Vieh ist. Bleh. Sie sehen aus wie Predator und Samara gemischt. Also nicht gut. Immer so. Nebenbei. Nicht gut. Alter, wie viele Viecher da sind. Aber die können nichts, wenn man die erstmal sieht. Da sind die halt so... Ja. Ja, lappenhaft. Wo kommst denn du jetzt her, Mr. Äh... Kleriker? So wie der aussieht, sieht aus wie ein Kleriker. Hm. Soll ich da hinrennen? Ich weiß nicht. Rennen kann man eh nicht. Zwei mal Menschenbild. Okay. Ich höre so ein Gesang. Was höre ich auch jetzt erst? Ja, ich habe meinen Ton nicht so laut. Deswegen. Ach da, die vielleicht. Oh! Äh, ich mache wieder zu hier. Ist mir ein bisschen gefährlich. Die Nachbarn nerven. So. Na, hübsche Frau. Ne, mal kann ich in die Auerschein gucken. Ich weiß, wie du kommst. Und zeigst du zu schiefst. Und zu sliegst du. Wir sind Milfinito. Wir sind hier, zu schiefst zu den, die schiefst durch die Schein und zu schiefst. Wir? Wir? Wir werden hier immer singen. Wie wir immer hatten. Von lange, lange vor. Wir wissen nichts von der Welt außerhalb. Und warum sollten wir? Denn wir werden nie verlassen. Hm. Okay. 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 Vor allem da ist alles. Hm. Okay. Gut. Huh? Was? Da ist die Truhe. Da sind Viecher. Rotes Wasser. Yay. Cool. Ich kann auch hier eine Flasche neben Wasser rein tunken und ein bisschen bluten. Das ist nicht das Problem. Ist vor allem auch nichts für mich. Guck mal. Die Viecher leuchten schon gar nicht. Doch. Die lenden schon. Okay. Manche leuchten, manche nicht. Okay. Oh. 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 Gott. Jetzt kommen seine Bräser hier an, ey. Oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Scheiß Ernst, ey. Das war's. Als ob... Ey, jetzt stirbt endlich. Puh. Okay, die Viecher gehen ein bisschen auf den Sack. Nein, 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 nein. Ja, nur ein bisschen Gegenstand. Danke. Oh, die gehen glitzern. Das sieht er miet. Heftig. Das ist wirklich heftig, so. So, schön hinterrücksgekillt. Oh, wo geht viel lang? Okay, jetzt waren die gerade echt verdammt verwirrt. Irgendwie. Naja, gut. Besser. Guck mal, jetzt sind die... Ah, erst nach einer Zeit leuchten die wieder so. Okay, cool. Okay, noch besser. Hier gibt's viele, viele Seelen. Ich bekämpfe mal diese Viecher nicht. Gut, das Viecher könnte ich jetzt bekämpfen eigentlich, weil... War da eine Truhe? Da ist eine Truhe. Oh. Ein Drachen-Amulett. Ich glaub, das hatten wir auch schon mal. Oh. Oh. Okay, die halten alle schön still, das ist gut. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist gut. Da ist eine Truhe. Falle? Nee. Keine Falle. Jetzt bin ich schon wieder angeblich so richtig laut. Ich verstehe das nicht. Spinnt die Egato? Nee, glaube ich nicht. Uh. Schick. Schick, schick hier. Oh, da hinten ist ein Magician. Oh. Warum war es mir klar, dass da nicht nur einer von den Viechern ist? Bin ich zu weit raus da. Respekt sollte man vor der Umgebung schon haben, finde ich. Ach, hier ist ein Leuchtfeuer. Okay, das ist gut. Weil ich sollte leveln gehen. Jetzt habe ich nämlich auch vergessen, dass ich mich noch leveln muss. 58.000 Seelen ist dann nicht mehr so lustig, wenn man die verliert. Und ich weiß noch damals, als ich eine Bloodborne Challenge gemacht hatte für mich, im New Game Plus, auf eine Million Blutechos zu sparen, dann hatte ich die auch. Und dann bin ich gestorben. Das, das, das war bitter. Also zweimal halt, ne? Ah, ich habe auch noch eine Scherbe. Oh mein Gott. Mensch, wird ja immer besser. So. Und als grönen Abschluss nochmal schön zweimal leveln. Krass, wie lange kann man denn die LP bitte leveln? Wahrscheinlich bis 50, ne? Ich glaube, ab 50 wird es dann eher so immer ein bisschen schleppend weniger. 19 Uhr. Ich bin bald fertig. Yay. Guck mal, da hätten sie doch schon so ne Simbaras, ey. Wo? Wo? Wo kam denn jetzt der zweite Zauberer her? Ja, komm her. Jetzt hab ich die nicht getroffen hab. Das ist so ein Blödsinn. Ich hab den sowas von getroffen. Da kann man schädlich mal durchbrechen. So. Leicht bist du. So. Dropstockung. Alter, das ist ein Vieh. Der ist sich jetzt erst. Krass. Muss hier durchkommen. Okay. Wann wurde ich jetzt attackiert? Da ist doch ne Magierin, ja. Na gut. Da will ich aber auch gar nicht hin. Da hinten steht irgendwas. Neu. Kann ich mich im ganzen Wasser bewegen? Ich bezweifle es nämlich sehr stark. Wo ist das? Da hinten das Ziel will ich auch nochmal platt machen. Feuersam, okay. Gehen wir doch mal da hinten hin. Neu. Wow. Wir sind das erste Mal in den vier Folgen jetzt gestorben. Ne, Quatsch. Stimmt gar nicht. Wir sind am Anfang auch noch gestorben in der ersten Folge. Stimmt. Aber wir sind auf jeden Fall lange nicht mehr gestorben. Finde ich. Naja. Lange geht so. Eineinhalb Stunden ist... Fast eineinhalb Stunden ist so. Naja. Ich glaub durchrennen funktioniert hier nicht so leicht, oder? Oh Scheiße. Uh. Wenn wir noch jemals unsere fünf sind. Nein. Nein. Okay. Ich sollte es langsam angehen. Sorry. Ich weiß. Durchrennen. Warum machst du das? Das ist doch dumm. Ihr habt recht. Das war vollkommen absurd. Und 15. Und 15.000 Seelen ist jetzt... Tut mir jetzt nicht weh. Ich bin ja stark genug. Theoretischerweise bräuchte ich nicht mehr mehr Level-Ups jetzt für das komplette Spiel. Und ich glaube, da sind wir sogar schon über die Grenze weit voraus. Aber auch wenn man keine Level-Ups mehr machen will, dann ärgert sich halt irgendwo wahrscheinlich trotzdem. Ja. Obwohl man fertig ist mit den Level-Ups. Weil es übrigens in keinem der Spiele schon mal war. Weil ich finde, man sollte das Spiel nicht so weit spielen ausreizen, bis man halt wirklich alles aufgelevelt hat. Klar, man kann dann alles. Und das geht auch an sich. Aber wozu? Und wo der jetzt getroffen hat, will ich gar nicht wissen. Aber es war nicht mein Körper. Oder? Also es wäre jedenfalls so aus, als wenn er mich getroffen hätte. Brave Samara, hast du fein gemacht. So, guten Tag. Ist das Magierin. Sie nerven ein wenig. Da hätten wir so ein Hippo. Oh. Ganze Null Seelen. Ah. Das ist ja... Schnell weg hier. Nochmal rollen. Hi Bitch. Nein. Nein. Danke, Jesus. Okay. Ich werde vorbei irgendwie. Jetzt. Ich will, dass der runterfällt. Verdammte Scheiße. Dann krieg ich auch sein Item wahrscheinlich nicht mehr wahr. Das ist klar. Ich stehe immer noch mein Freund. Versuche es, du wirst nicht glücklich werden. Sollen wir wieder ein bisschen Ausdauer tanken hier. Ja, als ob, ey. Nee, ganz ehrlich. Boah, der Typ... Der nervt. Der nervt richtig. Warum habe ich überhaupt gerollt? Ich denke mal, ich spiele sowas wie Bloodborne. Weißt du, ich mache einfach einen Step nach vorne und rolle nicht. Und dann greife ich den so an. Oder ich denke wahrscheinlich, ich spiele Surge. Ach, Mann. Na. Nicht gut. Yuna für Untote, ey. Also die Yuna aus Final Fantasy X, ne? Wenn wir mal so. Und tschüss. Ah, mein Ohr. Ja, war nicht mal richtig mein Ohr. Aber trotzdem. Ich habe ein bisschen gejuckt da. So. Dropst du was? Nö. Dann halt nicht. Komm, als wenn die mir jetzt da hinten auf den Sack gehen würden, ey. Das heißt, ihr seid ja scheiße ernst, dass die mir da hinten jetzt auch noch auf den Sack geht. Das kann nicht euer Ernst sein. Die geht mir jetzt echt auf den Keks. Die sieht mich doch gar nicht mehr. Die hört echt auf. Komm, dreh dich jetzt um. Dreh dich um. Hi, my friend. Hätten sie sich einen Gegenstand? Was ist das denn, ey? Wie kann denn da hinten ein Gegenstand sein? Oh, der Schildschlag, der macht... Der macht Ausdauer weg. Vielleicht sollte ich mal die schweren Angriffe versuchen, nicht die leichten. Ja, weiß nicht. Oh Gott. Ich hab geblockt, ihr habt's gesehen. Auf den Typen hab ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, muss ich sagen. Ich muss ja auch nicht jeden Gegner killen, ne? So ist es ja nicht. Also werde ich einfach weiterlaufen. Und dann hat sich die Sache. Nur das Problem ist jetzt... Hahaha. Ich find kein Speicherort mehr. Also kein Lager vor der Kinderungige Stelle. Deswegen werde ich jetzt einfach hier die Folge wenden. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen kürzer als sonst. Aber was soll ich machen? Das Design, das Spieldesign lässt nicht zu, dass ich jetzt hier gleich eine Pause einlege. Deswegen sehen wir uns einfach übernächste Woche. Ja, übernächste Woche, ich weiß. Ich hab das heute schon nicht aufgegeben. Vielleicht passiert das aber. Man weiß es nicht, ne? Gut, wir sehen uns nächste Woche, übernächste, zu Dark Souls 2. Es kommt auf der Föße in der 300-Show. Es kommt auf der Föße in der 300-Show. Also ist das mal drauf.